Ich komme aus Aachen. Kennt ihr Aachen? Kifft ihr? Haben wir Kiffer hier? Jeder, der kifft, weiß. Manche zeigen auf. Ihr seid ja richtig ehrliche Kiffer hier. Jeder, der kifft, weiß, Aachen hat das beste Gras und die besten Grammpreise, weil wir liegen direkt an der holländischen Grenze. Also wo wir schon beim Thema sind, falls jemand was braucht. Ich bin nach der Show vorne an der Tür. Ich habe gutes Gras zum halben Preis. Manche überlegen gerade echt, verkauft der wirklich Gras? Er sieht so aus, als würde er Gras verkaufen. Mein Name ist Khalid. Er ist ein typischer Aachener Name. Man merkt direkt, Aachen Khalid. Ich komme aus Aachen. Typischer Name. Wie heißt du, junge Dame? Sa? Lisa. Das ist ein schöner Name. Merkst du den Unterschied? Lisa Khalid. Klingt so, als würdest du einen Job bekommen und ich nicht. Meiner klingt nach Abschiebung. Als ob dein Job wäre, mich abzuschieben. Lieet DU das nicht das noch trifft. vaus Карău. Ich würde es malat ziehen. Los demás ... verschnehmen, dann die Ausl